Und weiter geht's bei Let's Play Dead Space 2. Der Hai am Gerät. Wie wollen wir mal? Der Gerät wird nie müde. Kisten. Aber es ist irgendwie nett, jetzt wieder auf der Egemon unterwegs zu sein. Ja, ja, ganz klar genug. Hat schon gepasst, oder? Mhm. Ist ja nicht so, dass die Shimura komplett verschleimt ist. Oder war, sagen wir so. Hat auch Bronchitis. Oh nein. Es ist ja damals schon sauber, ja. Das kennen wir. Ja, den Raum kennen wir noch, ja. Oh, da war eine Werkbench, genau hier. Gut, da ist man hin. Ich habe noch mal. Ja. Da war ein Shop. Da ist nichts mehr, alles weg. Mhm. Ah, doch! Der Shop ist noch da. Ja, ja, aber der Rest ist weg. 5k. Da kann ich uns gleich 2 Nots kaufen. Okay. Bleib mal auf 70. Bleib mal auf 70. Bleib mal weg. Also, immer eins. Ne haste Deck. Ich hab' einen Schiff, Bruni. Ähm... Ich glaube auf 70. Passt. 3.9 Passt. Ja, alles zu. Alles dicht. Na gut, na dann. Ein letzter Blick hier rein. Bis viel Licht ist. Da ist der Ingenieur gesessen und den Kopf weggeblasen haben. Herrlich, dieser Ingenieur. Herrlich. Weißt du noch damals auf der Ishimura? Mh... Dr. Heidi Latchford. Research summary organic material analysis. There are several shocking findings relating to the sludge-like material found throughout the Ishimura. First, it is human DNA. Second, and far more disturbing, it reanimates in the presence of a marker signal. The only conclusion we can come to is that the entire Ishimura crew was infected and reconstructed and then fell into a soupy DNA sludge when the EG7 marker was destroyed. Huh. Also, es braucht die Präsenz eines Markers, damit die Viecher leben. Das wissen wir aber eh schon. Nur der Schmäh ist... Die zerfallen dann auch noch. Also kannst du sagen, dass das ganze Schiff war verschlammt. Boah, das war's lecker. Boah, landen. Boah, der Geruch davon. Boah, fuck. Boah, das war's lecker. So, ich sehe, haben wir hier sehr gute Orbit-Lazard und aufputzen. Hast du nachher auch Lust auf ein bisschen Nudeln mit Tumvischsoße? Ja. Oh, okay. Was ist das noch? Eheh, ha 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 ha. Warning. Mandatory decontamination. This is the gravity centrifuge. This fragile equipment. All authorized personnel must undergo a through decontamination sequence before accessing the core. Danke. Der Kord. Der Kord. Der Kord ist was anderes. Lille Riech, rechts von dir sind Spindel. Ja. Okay, aber alle zu. Einer von uns. Wir kommen immer mit ungeräumte Gitarre. Wir sehen uns das ganze Brotzeug. Entweder das ist Putzmittel oder das ist zerfallen. Nein, das ist schon das Putzmittel. Was ist das sein? So, so, so. Was ist das? So ein Putzmittel, das irgendwann aufgetauren, dass das Zeig zerfressen wird. Von Putzmittel. So organisch. Ja. So wie dieses Reinendungsmittel, das sie bei den Leichen wegen benutzen. Ah, pures Benzin. Oh nein. So, Sika. Ah, ah, ah. Eins zu. Ah okay. Benj! Gucken wir was, version 4.1, was ist es jetzt? Da steht ja nicht drauf, oder? 4.1 Ja gut, wobei, das ist ja die alte Benj Firmware Er ist noch da, wo die ganze Vollidee auf dem Weg sind Oh ja, das war super Hey, da liegt was! Auf dem Tisch Na na, auf der anderen Seite, was ist das? So, warte, das kenne ich noch, das ging noch zu gut Das kenne ich noch Was? Nix? Nix? Naja, das Schiff ist großteils geputzt Bis auf die Tram Passt! Das war's! Ja, dann weiter! Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Brotal enttäuscht Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Ähm... Äh... Paranoid, oder? Ich bin ein bisschen Hahahaha Ich glaube, ich brauche hier auch noch Beziele Aber sein, dass es die Knochen zerreißt Ich bin enttäuscht Ich bin enttäuscht Du gehst mit dem Zielmodus, außer da siehst nichts mehr Die Waffen brauchst du ohne den Zielmodus, ehrlich Aber der Schaden wird's ja, deswegen mach ich's Ja, es ist auch scheißegal, die Viecher kriegen wir eh One-Shot weg Und du siehst nix mehr im Zielmodus Und du siehst nix mehr im Zielmodus In der Mutter sieht nix im Zielmodus Das ist völlig richtig Ähm... Maa sst... sstumpf Was ist denn da? Nice Wurde du vielleicht? Ja, ich höre nix Jetzt erhört und jetzt in dem moment war dort wo es zu geschlossen Mienen! 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 Ja, hast du schon fertig. Mienen! Mienen! Einfach Mienen! 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 So, Nachkladen ist... Du hast da Kisten überlegen lassen, gell? So! What? Oh, ist hinter dir! Ah! Oh! Oh! Ich hab noch mal probate von da nochmal! Das ist schwer! Perfekt! wunderschöne Nachlader-Animation, das muss man dir aber verlassen. Komm, den errichtet. Ich will hier schon schauen. Ah, na, ob ich noch ein anderes Madback hatte, ein Basis-Großes. Und? Nein. Dann warten aber. Ja, natürlich. Aber dass die beiden mich so stunlocken, wäre schon deppert. Naja, du bist halt in einer Ecke gestorben, gell. Wenn die beiden... Ah, cool. Warte halt, der Schmäh, gell. Aber der legt ja an, das ging mit dem Wurfen, weil er lebt. Ich weiß doch, der tut dem ja die Sniper da rein, oder? Noch vier. Ja. Na komm, dann noch. Gutsch. Ja, ich würde mal die 280 Schuss verballern, bitte von dem Bus, oder? Ja. 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 Warte mal rein. Hallo. Da haben sie es nämlich besser gemacht. Ja, nur noch nicht. Die Engine ist ja auf bedeutend besser. Hat mich immer interessiert auf euren Bild, das ist klar. Ich glaube, das ist ja eigene. Doch. Ich habe die Art von den Schuss dann auch am Tengel. Ach. Ach, aber doch mal. Wo ist jetzt hier unser Schuss der Buhl? Ach, doch, ich bin der Buhl. Weil wir jetzt aber sehr höfend pאutig bis wir fertig sind, oder? Ja. Hm, da haben wir sogar ein Zeichen. War das aber noch nicht? Na, kannst du doch noch ein bisschen? Ja. Wie gut dann. Ja, soviel zu dem Zimmer. Du könntest da zwar mal runterschweben. Runter. Was ist das? Vielleicht gehört das rein. Rein? Ja, aber wohin? Raus. Da waren diese Motoren dafür. Hm. Geh mal zur Zentrale von dir selbst. Da raus müssen wir. Okay. Zeig mal wohin. Ach so, dann aktivier mal. Offline, da ist irgendwas drin. Geh mal da zu dem Punkt hin. Mhm. Mhm. Beziehungsweise, schau doch mal oben diesen Ring an. Da fallen Täler. Da siehst du das. Ah, schau, das sind diese Trimmer, die du vorher in der Hand gehabt hast. Ja. Da ist ein Teil. Nein? Furcht. Hat er gepasst? Ja. Gut. Hinter dir war uns. Da. Du dir mal leveln, bitte. R1. Danke. So, unter dir ist uns. Unter dir ist uns. Links von dir. Weiter links. Ach so, rot aus. Da ist uns. Nein, das blinkt. Also wurscht. Klasse. Ach so, das ist vielleicht an der Seite. Genau. Okay. Vielleicht unten. Oh, das passt nicht. Doch. Jetzt passt's. Jetzt passt's. So, dann hinter dir ist jetzt uns. Oh ja. Ah, das mit dem Schlauch müssen wir allein. Okay, da passt das ein. Doch, das passt schon da eine. Na, oder? Na, es ist nicht. Okay. Ah, jetzt weiß ich wie das ist. Wir müssen es schaffen, dass das Ding geschlossen ist. Da geht's rein. Da geht's rein. Da geht's rein, naja. Und da ist noch unser. Und zum Teil. Jetzt da rauf. Auf den Steg, bevor der Badstreet losgeht. Na komm, level dich. Hopp. Und drücken Sie bitte die Taste 1. Schau hin. Schau hin. Schau hin. Ja, ja. Da geht's rein, Mensch. Bleibst du stehen, schaust hin. So. Ruhig und hinschauen. Einfach hinschauen. Ich hab jetzt nichts gemacht. Das musst du nur tun. Ja, weil du die ganze Zeit drüber gezuckt hast. Ja, weil der Hinteraus wegen ist nämlich, Wald. Und nicht weg, du schau. Ja. Okay. Das braucht das Ding, der der Release-Antrieb sei nicht mehr. Warte, aber Float, skip that road. Okay. Passt. Was willst du denn? Nicht. Das war alles. Ja, fühlst du dich alles? Ja, einfach weg. Ja. 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 Na gut, Leute. Dann. Halt. Stopp. Halt. Der nächste Teil ruft. Hörst du mich? Nein. Ich schon. Bis morgen. Servus. natürlich rein und leicht. Ja, Bei mir bleibt mich grad,